комп fit für 1 alle unter löschen meine lieben freunde haben zu einer aufnahme von let's play minecraft ist wie Pneumatic ja was immer noch in der Beta 1 8 Pre-release weiß jetzt eigentlich habe ich das einmal die gleiche Evaluation gepatcht das stand auch so im hier im Dings im M7 Nostalgeer die Musik hat schon was die minecraft sonst machen wir spaß wir mussten ja was mussten wir überhaupt noch machen wir mussten noch irgendwie unseren Turm anfangen und ja ich habe lange mich nicht mehr aufgenommen und daher bin ich ein bisschen raus aber das passt schon falls euch der warum es gerade so langsam ist ich muss im Hintergrund noch ein paar Dateien verschieben also nicht wundern also minecraft ist mich jetzt verarschen ach so ja klar ja war warum nicht ja warum nicht wahrscheinlich die Musik hat die ist voll leise sollte sie eigentlich mal lauter machen nö einfach nächstes Lied hab ich abgeschoben der scheiß Regen auch geht doch da rein also was wollte ich noch machen aber die muss eigentlich ein bisschen leise heute ich mach sie mal ein bisschen lauter so das ist auch nur daran dass der Regen zu laut ist kann natürlich auch sein also ich habe hier letztes Mal im letzten da draußen ein bisschen die Welt gezeigt wie es in der Beta 1 8 aussieht und so weiter und dabei habe ich voll vergessen was wir noch machen ja der Kistenbank ist anschein immer noch da auf jeden Fall habe ich noch Fleisch das ich kochen muss das ist schon gekocht das ist ich sage mir jetzt mal ein bisschen auf Schweinegäste man ein bisschen Essen hat wir haben draußen so fällt da ich sagen weil ich noch prob wie ihr nennen 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 ah super super perfekt geht schon da weiß ich nämlich auch schon aus was wir unseren Turm machen denn 50 Bricks sind entschieden zu wenig um einen kompletten Turm daraus zu bauen da habe ich gedacht mache ich das Fundament aus Bricks und das den oberen Teil den Rest würde ich dann in dem Fall daraus machen also aus den Stonebricks dann es kommt doch dann würde ich sagen fahren wir doch gleich mit dem Turm an wir haben vor allem auch extrem viel davon dass wir auch auf jeden Fall hatte ich möchte das Lied nicht ja wir haben unglaublich 68 ja dann müssen wir da kann man das haben warum kann immer die zwei gleichen Lieder laufen damit so jetzt können wir was anderes aber einfach mal du bist mit Wort angemacht ohne dass ich euch frage aber naja und der Regen nervt mich gerade extrem warum bist du hier Regen ich sag mal schlafen ich stehe dann weg ah let's sleep es regnet immer noch es regnet immer noch wie war das mit unserem Feldball alter Frame rate böse akutisch wieder was fertig das hier ist fertig sonst noch was nein dann auch jetzt hier nochmal hier nochmal das blöd dass man hier überhaupt nicht auf dem Feld rumlaufen darf ansonsten Dings passiert was in meine Säte wie viel habe ich denn noch fünf ich glaube ich komme nachher mal ein paar mehr dass wir mit Brot haben hier eins rein da ein Rhein da und da hinten da liegt ein Sieg Alter hoffentlich dauert es verschieben nicht mehr lange sie können können es auch spielen so perfekt ach was ich ja unbedingt noch machen musste war ein Zauntor bauen das ist etwas extrem wichtiges habe ich alles dabei ja das war wirklich eine extreme Dringlichkeit aber naja 1,2 1,2 jetzt ist natürlich wieder viel lauter na klar der KST Beats nein so ich hoffe das passt weil ich habe vorher keine Testaufnahme gemacht weil ich glaube ein bisschen wenn ich Zeit habe müsste aber passen so du böse Tür nein die Tür abbauen nicht das Feld toll jetzt habe ich halt eine Holztür übrig was mache ich denn mit der ich weiß es nicht oh ich bin voll ich würde sagen ich hole mal ein bisschen Zeugs runde in die Kiste unter anderem die Tür die ich gerade in der Hand halte weil auch ein normaler Mensch eine komplette Tür in einer Hand halten kann guck sieht doch voll realistisch aus also dann räumen wir unser Zeug ein ähm habe ich eigentlich was für baumiges ne dann könnte das alles das ist der Rest die muss ich demnächst mal anbauen Gott sei Dank habe ich das mit meinem Adler-Auge gesehen irgendwas gehört noch zurecht rein das ist was essen das ist ein Mob-Drop mach ich mal ein bisschen was mit dem Mob-Drop wir waren ja demnächst ein bisschen Mops holen töten das und das und war's das ne das und auch so das war's dann wollte ich unsere Mineralinkische die war da ja man denn das gehört eigentlich ne oder ach komm dann tue ich die auch mal da rein ich weiß es ist eigentlich falsch aber es interessiert mich gerade herzlich wenig die Wolle mit der wollten wir auch hier unseren zweiten Stock ein bisschen gestalten das nervt mich das mit dem Schiff noch nicht so geht wie ich es mir vorstellen wie ich es in Erinnerung habe dann wollte ich sagen ja ich weiß nicht ob ich da wirklich auch noch blau reinbringen soll oder grün sagen wir geht eigentlich grün noch farb ich vergesse mit Sugar Canes nur da kriege ich Zucker draus ja kann man Kuchen backen hoi dann tue ich die auch mal da rein da rein die muss ich nachher noch anpflanzen die kommen in Holz ein bisschen sortieren ist doch auch mal schön da屋 da 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 warum habe ich hier wirklich kraft Jetzt habe ich zwei Crafty Boxen, wo stelle ich die noch hin? Das kommt noch zum Mob. Drop die Leder, da können wir zunächst... Eigentlich... Wie viel Eisen habe ich eigentlich noch? Nein. Ah. Was weiß ich, machen wir jetzt einfach mal was. Auch wenn es euch irgendwie sinnvoll erscheint. Und mir Ehrich hier gerade komplett davon abreibt. Ja, jetzt habe ich es verraten. Es steht nämlich gerade neben mir. Warum? Jetzt, jetzt. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Für Bücher braucht man die noch gar nicht. Ja, später. Bis dahin habe ich schon lange mein Dings. Wahrscheinlich hat das noch an. Ja. Bis dahin habe ich schon lange meine Bücher, weil ich jetzt erstmal Zucker anbauen gehe. Zuckerrohr. Und dann werde ich Leder nie mehr brauchen. Ach, endlich ein Zauntor. Schön. So, dann würde ich sagen... Da, da. Soll ich eigentlich... Ne, hier ist ungeschickt. Wollen wir denn noch Wasser am Strand? Aber ich habe jetzt keinen Bock, bis zum Strand zu laufen. Du kannst auch laut sagen. Mach dir hier doch ein paar, ähm, so, ähm... Ringen rein, wo der Wasser ist und kannst schon anbauen. Bestimmt mal vorm Haus. Ja, ich... Ich habe eigentlich gedacht, in dem Haus hätte ich kein Plaster, wenn ich mal hinterher gelaufen und dann da... Das habe ich halt leider zu spät gesehen. Ich habe keine Schaufel. Mach ich mal kurz eine Diamantschaufel. Spaß. Oh, wieder nehme ich eigentlich schon auf. Okay, acht Minuten, das geht noch. Dieses Lied macht mich zum Singen lustig. Aber da hat Erik da, darf ich nicht singen, was entschlägt, der mich in mein Bäuchlein. Das, weil man das von da hinten auch hört. Auch die Lecksratzen schon ein bisschen kacke. Ich hoffe, das verschieben dauert nicht mehr allzu lange, weil so... Ne, es ist halt ein Problem. Ich muss aufnehmen. Ich habe keine andere Z mehr zum Aufnehmen. Hatte ich oben noch schaufeln in den Werkzeugkisten? Oder muss ich mir wirklich wahrscheinlich machen? Die können wir nämlich auch noch irgendwie verbraten. Ich habe eine Eisen-Spitzhacke. Hm, nett. Dann mache ich mir mal aus, sag ich mir eine aus der... Aus Eisen oder aus der Mann? Aus Eisen oder aus Stein? Ja, komm, ein Eisen. Das wäre ungefähr so viel wie eine halbe Steinschaufel. Na, guck, genau noch genügend Rohstoffe. Das war auf jeden Fall geplant, Leute. Den Eim habe ich auch schon im Invertrag von wegen. Ich bin verplant. Ich bin komplett bei der Sache. Wo geht's raus? Ja, bis ins Jahr in der 1.8. Da lohnt es sich dann auch schon mal wieder gescheit in eine Höhle zu gehen. Hallo, Moku. Weil wir wissen, ja, ab der 1.8 sind ja in den Dungeons extrem viele hinzugekommen, wie die ganzen geilen Mähenschächte und so weiter. Schon eher längs, ne? Die Lags hören bald auf. Hoffentlich. Muss ja noch wo laufen können, weißt du? Ja, klar. Da, da, da. Da, da, da. Dann, komm mal her, du. Dann holen wir mal den Eimer. Dann holen wir mal den Eimer, den Eimer. Da landet. Und, äh, alter. Hallo? Okay. Ich dürfe mal leider ein paar Mal laufen, weil ich jetzt nicht... Ich glaube, ich habe noch einen Eimer. Ich gucke nachher mal. Ne, ich habe keinen mehr. Fließt es ganz durch? Ja. Jetzt kannst du es hier platzieren. Ah, ja, genau, stimmt. Stimmt, das habe ich dem Letzten. Das ist hier eine unendliche Wasser. Genau, das habe ich dem Letzten gesehen. Du wirst jetzt immer wieder glauben, recht? Was? Du wirst jetzt immer wieder glauben. Ja, ich werde nicht drauf gekommen, aber ich habe es dem Letzten bei, äh, im Letzten Play gesehen. Und da habe ich gedacht, ah, okay, muss ich mir merken. Dann da. Ja, ich wollte es mir merken, okay? Allein, allein der Wille zählt. Lass mich in Ruhe, okay? Ich kann nicht nachdenken. Jetzt hast du gerade gesehen, dass es nicht mehr geht. Oh, lass... Lass mich einfach kurz zurücklaufen, okay? Lass mich einfach spielen. Nachher, wenn du dran bist, kann ich ja du alles so machen, wie du willst. Aber such bitte keinen Scheiß in meiner Welt zu bauen. Du kannst ja... Du kannst ja dein altes Teil wieder... Ach, stimmt, ich brauche nochmal eins, ne? Bevor es geht. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Einmal noch. Jetzt, jetzt schaffe ich das. Ihr müsst mir nur vertrauen, okay? Erik, du musst mir auch vertrauen. Vertraust du mir? Ja, ich bin gut in Minecraft, okay? Ich bin, ich bin voll Minecraft Pro. Dam, dam. Was? Ich habe verschnellt und habe über Themen geredet. Da ist es dann okay. Hier kommt man bis an die Tür rein. Ja, da kann man ja trotzdem noch rauslaufen. Man läuft dann halt gleich direkt im Zuckerrohr. Soll ich da... Und ich glaube, da passt eher ein Zauntunnel. Oder? Ja. Ich gucke mal, wie es aussieht. Falsch. Oh, ich habe kein Holz mehr. Allgemein bin ich immer sehr out of Holz, weil ich nicht viel mit Holz arbeite. Ich arbeite eher mit Steinen und so. Ich bin so eher der Härtere. Ich mache noch eine Steine, weil ich noch nicht so viel Eisen verschwende, weil ich nicht so viel habe, wie ich eigentlich haben sollte. In meiner privaten Welt habe ich extrem viel Eisen, da war ich aber auch ewig lang Stripman und das will ich euch jetzt nicht zumuten müssen. Warum gehe ich eigentlich raus? Ich wollte hier eine Tür reinbauen. Okay, jetzt ist eine Frage. Was glaubst du, da wird ein Zauntunnel, würde da scheiße aussehen? Ja, doch. Ich singe schon wieder, obwohl ich es versprochen habe, dass ich es nicht tue. Erik, kannst du mir verzeihen? Er soll, der ist gerade so ruhig, bin ich aber gerade nur denken müssen. Nein, ich habe gewusst, dass ich es falsch mache. Ich habe es gewusst. Ich bin so unfähig, Türen zu setzen. Die muss nämlich von außen hier gesetzt werden, oder? Nee, da ist ja falsch rum. Da muss ich sie von... Hier ist doch richtig rum. Nee, guck, aber dann ist die hier so rum. Die müssen ja gleich rum. Das sind doch richtig rum. Okay. Ich habe mich nur gewundert, okay? Dann würde ich sagen, gehen wir schlafen und beenden dann die Folge danach auch gleich. Ladies and Gentlemen, wir beenden nun die Folge. Und zwar schauen wir auf unserer... epische Zuckerrohr-Farm, die schon so unglaublich weit ist. Und warm habe ich da. Wo liegt die jetzt? Da. So, es muss korrigiert werden. So. Jetzt auf. Beweg dich. Mit 6 FPS macht es Spaß, ne? So. Zeig dir einfach mal. Ciao. Bedanke mich fürs Zusehen. Fürs Zusehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge wird dann der liebe Erik spielen. Ciao. Und ja, tschüss. Ah.